Nachdenkseiten. Die kritische Website. Verschwörungsideologisch. Korrekte Kennzeichnung oder Schimpfwort? Ein Beitrag von Albrecht Müller. In der Auseinandersetzung um die Corona-Politik wie auch um den Krieg in der Ukraine wird dieses Wort ungemein oft gebraucht. Zuletzt begegnete es mir auf markante Weise in einem Disput über Daniele Gansers geplanten Auftritt im Zirkus Krone in München. Beispielhaft möchte ich auf einen im Schrifttext verlinkten Artikel des Spiegels hinweisen. Zirkus Krone will Einnahmen aus Auftritt von Daniele Ganser spenden. Dort steht unter anderem, die Empörung über den Vortrag Gansers ließ nicht lange auf sich warten. Das Bündnis München ist bunt warf Ganser antisemitische und verschwörungsideologische Aussagen vor. Und rief zum Protest gegen die Veranstaltung auf. Zitat Ende. Ein paar Zeilen vorher macht sich der Spiegel das Wort zu eigen. Zitat. Ganser wird von vielen in der verschwörungsideologischen Szene gefeiert. Zitat Ende. Verschwörungsideologisch ist offensichtlich ein ungemein hilfreiches Etikett. Es werden einfach zwei negativ aufgeladene Kennzeichnungen zusammengefügt. Das Doppelwort soll stigmatisieren. Das tut es auch. Die Etikettierung sitzt und es wird nicht hinterfragt. Das verwandte Wort verschwörungstheoretisch hat nicht die gleiche Schlagkraft. Dieses Wort anzuwenden wäre etwas sachlicher. Denn es würde der Begriff den Vorwurf enthalten, eine Verschwörung ausgedacht zu haben. Dann müssten jene, die diesen Vorwurf erheben, belegen, dass es dieses theoretische Konstrukt, diese Verschwörung, gibt. Das Doppelwort verschwörungsideologisch hat für die damit Operierenden wie den Spiegel, die Gegner Gansers in München oder jene, die wie Lippmord und andere Gegner der Nachdenkseiten uns dieses Etikett anhängen, den Vorteil, dass man gegen dieses Etikett sachlich nicht argumentieren kann. Es hat Totschlagcharakter. Wir beobachten übrigens eine interessante Wirkung dieses Vorwurfs an uns. Die Adressaten dieser Agitation, bei Wikipedia übrigens in gemilderter Form, verschwörungstheoretisch, reagieren unterschiedlich. Im konkreten Fall gibt es einige gelegentliche Leser der Nachdenkseiten, die den Vorwurf aufgreifen und uns damit attackieren. Das sind aber wenige. Die große Mehrheit durchschaut das Spiel und macht sich den aggressiven Akt zur Nutzung dieses Etikettes nicht zu eigen. Im Gegenteil. Wir erfahren, vielleicht auch wegen des Aktes der Aggression, viel Solidarität. Für jene Menschen, die die Nachdenkseiten auch finanziell unterstützen, will ich an dieser Stelle und sozusagen aus gegebenen Anlass anmerken, dass sich die Aberkennung der Gemeinnützigkeit, die Ende letzten Jahres betrieben worden ist, auf die finanzielle Lage und damit auf die Arbeitsfähigkeit der Nachdenkseitenredaktion nicht ausgewirkt hat. Die Gegner der Nachdenkseiten haben offensichtlich die Klugheit unserer Leserinnen und Leser unterschätzt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Die Nachdenkseite Die Nachdenkseite Leser du Zeug und Leser